es gab ja nun gestern ein zuschauer voting und ihr seid dem ganzen zum opfer gefallen hast du damit gerechnet und wie war so deine reaktion die haben wir noch nicht im fernsehen gesehen ich habe irgendwie ein gefühl gehabt was aber völlig in ordnung für mich war weil es war ja auch keiner für mich dabei wo ich jetzt gesagt habe den will ich haben und ich war auch nicht glücklich verkappelt somit bin ich auch auf einer seite klar traurig wenn irgendwas zu ende geht wo man spaß dran hat ist dann immer so ein weinendes ein lachendes auge aber ich bin glücklich dass ich keinen zurücklassen musste und ich bin glücklich dass sich kein couple entkappeln musste und dass ich dafür dann drin bleibe weil dann hätte ich mich auch schlecht gefühlt gab es irgendwas für den peinlichsten moment für dich dort wenn ja welcher war das ich habe tatsächlich gestern total vercheckt also ich weiß auch gar nicht warum als wir uns fertig gemacht haben das ist mir noch nie da passiert ich war immer vorsichtig bin ja unter die backdecke oder ins ins badezimmer in die toilette und auf einmal ich ziehe mir die badehose an und ziehe mich aus und gucke in den spiegel denkst du hier sind so viele leute und du bist direkt wieder runter gezogen habe ich habe es nicht gecheckt aber ist jetzt auch nicht peinlich also ich meine aber es war halt so ein kleiner wo ich denke ups man vergisst das einfach gab es für dich also vielleicht nicht unbedingt einen nacktmoment oder einen wo du sagst oh mensch da hätte ich eigentlich besser performen können in meinem leben ja also ich bin in die villa gekommen und ich war schon ziemlich sicher dass man jetzt keine oder altersentsprechende bilder von mir zeigt und ich bin aber glaube ich am ersten abend nackt duschen gegangen und war mir ziemlich sicher dass das alles so okay ist und im nachhinein bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher könnte sein dass da die ein oder andere peinliche szene dabei was wirst du machen wenn du wieder zu hause bist jetzt ja gut nachdem ich meine mama telefoniert habe und zu hause bin wird geplant was ich mit meinen freunden die nächsten tage unternehmen werde und beruflich so beruflich werde ich weiter in meinen laden gehen und wimpern kleben also das steht für mich sowieso fest wie sieht es bei dir aus wie geht es jetzt nach nach love island mit dir weiter mit erhaften vielen tollen model verträgen für unterwäsche oder ich lasse das alles ganz entspannt auf mich zukommen und ich bin natürlich schon ein bisschen in dem bereich unterwegs ja selbstständig und mal gucken ich werde nicht abgeneigt wenn der ein oder andere unterwäsche vertrag auf mich wartet aber ja da bin ich ganz entspannt lasst es auf mich zukommen und dann gucke ich weiter wie es auch weitergeht für die zukunft